Ich mach alles kurz nicht zu Niko, ja? Weil es ist ja auch mal schön, dass äh, schöne, schöne Männer. Moin, 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 moin. Hör einfach, bis das Kabel ist, ja? So, du hast auch geburstet, er hat ja nicht mal geburstet, das ist ja die Frechheit. Okay, pass auf, dann komm ich gleich zu dir zurück. Ich muss sagen, kannst du gleich mal kurz die Hand durchhalten? Weil du willst gleich Mary Burstet haben. Aber erstens, ich sag, so, Niko! So, hallo. Niko, 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 Niko. Wo bist du? Moin, moin. Tagschön. Das ist noch mal für dich, warte auf. Ich kann, der schreibe ich noch mal ganz kurz, ja? So, muss einmal straffeln. Für eine Freundin, ist sie auch wechseln? Meine Schatz, meine Schatz, meine Schatz, meine Schatz, meine Schatz, meine Schatz, halt schlauen sich. Ja, so, das ist auch. Zack, so, bitteschön, und vielen Dank, dass ihr, ja, ich kann ja auch die Hand schreiben, das geht aber nicht mehr ab. So, vielen Dank, dass ihr hier seid, ja? Auch schön im Regen, auch im Regen-Cake. Viel Spaß mit der Freundin, grüße schön. Und jetzt komme ich ganz kurz zu der Dame hier vorne, und zwar, die hat wirklich Geburtstag. So, jetzt musst du mal ganz kurz, wenn du navigierst, ja? Weißt du die schon? Grinst du mich schon an? Moment, wir gehen zu. Ist sie gut? Wir sind zwar. Wie ist denn, wie ist denn dein Name, Geburtstag, das Kind schon? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte nicht auf den Fuß treten. Oh nein, ich bin auch angeschrieben. So, wie heißt sie? Katharina. Katharina. Mit L-L-L-L-L. Hallo, alles gut zum Geburtstag. Okay, pass auf. Wir sind hier ein paar tausend... Guck mal, wie hellen wir sind. Oh, hi. So, wir sind hier ein paar tausend Leute in Heiligenhafen, und Katalina ist der Name, mit L. Und ich glaube, Happy Birthday hat schon jeder von euch mal gehört, ja? Mane und Klavier ist richtig schön unangenehm, wenn das so viele Leute fein singen. Ja, ne? Geil. Deswegen machen wir das jetzt. Pass auf! Mane und Klavier, Happy Birthday im Chor mit euch allen. Katalina ist der Name. Und bitte! Happy Birthday to you. 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 Hey. Schön, machen wir das jetzt auf. Machen wir das auf. Du hast auch Geburtstag. Der Papa hat Geburtstag. Wir sind uns gerade gemeldet. Alles, alles, kurz zum Geburtstag. Ja, ja, klar. Soll du kurz ein Foto machen? Wenn der Papa Geburtstag hat. Und du musst dir das ganze jetzt antreten. Für die Tochter. Ach, du warst bei mir. Nein! Sie sind Polizist vom Beruf, oder? Scheiße. Also ohne Scheiß jetzt. Er war wirklich bei mir vor der Haustür. Denn ich wohne hier im Norden auf dem Dorf, ja? Und ich bin zwar ein bisschen weiter von hier weg, aber so eine halbe Stunde Fahrt. Und da stand der junge Herr gerade, der gerade Geburtstag, tatsächlich vor der Haustür und wollte für die Tochter ein Autogramm abholen und ein, ich glaube, ein Gruß wieder sowas. Ich springe hier mal ganz kurz zurück. Also, für den nächsten Strafzettel hoffe ich, dass ich da ein bisschen gesondert behandelt werde. Obwohl auf dem Dorf ist ganz entspannt. Ich bin ja immer in der Großstadt, ja? Und da kann man nirgendwo parken. Auf dem Dorf kannst du nicht hinstellen, wo du willst. Auf dem Acker. Äh, völlig egal. Wer von euch warst du auf dem Konzert raus? Okay. Allererstes Mal, allererstes Mal, wenn es weiß, das Konzert, kurz Handzeichen, allererstes Mal. Wer ist das allererste Mal live? Sehr schön. Sehr schön. Warum gehen die ganzen Hände auch hoch? Auch schon bei dem ersten Hochgang. Das ist irgendwie falsch. Also. Oh, scheiße. Entschuldigung. Oh, ja. Für die, die so 18 sind, ja? Ja, Prost. Vielen Dank für diesen wunderschönen Abend hier. Bis hierhin. Und, ähm. Wir haben da zum Anfang, bei unserer ersten Tour, ein kleines Madlitz-Sang gebastelt. Aus deutschen Songs, ja? Die hat jeder kennengelernt. Pass auf. Noch schreit hier. Jetzt habt ihr was zu tun, ja? Ähm. Wir haben kleine Kinderswette dabei. Und wir lachten uns, weil wir bei der ersten Tour noch nicht genug eigene Songs hatten, dass wir uns bei den ganzen Kollegen mal bedienen. Und Leute, ich möchte euch jetzt so laut singen, hören, wie es geht, ja? Wer den Text kennt, schreit ihn so laut, es geht in unsere Richtung. Wer den Text nicht kennt, Papa, guckt die Tochter an. Jungs da hinten, Nico. Denkt irgendwas aus, mir scheißegal. Hauptsache, ihr singt alle Affen laut in unsere Richtung, ja? Und wir singen unser wunderschönes kleines Deutsch-Pop-Metly mit Heilwaffen-Chor. Und bitte.